Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. LaRusso established 1991. LaRusso wurde im Jahr 1991 in Dortmund geboren. Der Albumtitel ist somit treffend. Sein Debütalbum Contenance erschien im Oktober 2016 und liegt somit schon knapp drei Jahre zurück. Dass LaRusso nicht nur Rapper ist, kann man auf seinem Album hören. Es wird auch gesungen und bei dem Großteil der Beats hatte LaRusso selbst seine Finger mit im Spiel. Established 1991 kommt mit 19 Tracks. Features kommen unter anderem von Mo Phoenix, Ardian Bujupi und Michael O. Das Album kommt über Warner Music Group Germany und erscheint als CD. Fabian Römer Lebenslauf Das mit der Lücke im Lebenslauf ist vielen aus eigener Erfahrung bekannt. Fabian Römer hat diese Lücke mit in seinen Albumtitel eingearbeitet. Fabian Römer, viel noch besser bekannt unter seinem alten Künstlernamen F.A. veröffentlichte 2015 sein letztes Album Kalenderblätter. Mehr als vier Jahre später steht jetzt das vierte Soloalbum an. Lebenslauf kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem ein Feature von Namika. Das Album kommt über Jive Germany und erscheint als CD und auch als Vinyl. UFO 361 Wave Im Juli 2018 verkündete UFO seinen Abgang aus der Deutschrap Szene. Im August veröffentlichte er noch sein Album VVS und zelebrierte seinen Abschied mit der anschließenden Rest in Peace UFO 361 Tour. Fast genau ein Jahr später kommt UFO mit Soloalbum Nummer 4. Wave kommt mit 17 Tracks. Features kommen unter anderem von Rin Young Huren und Raph Camorra. Das Album kommt über Stay High und erscheint als Box und auch als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.